Mach ruhig, mach ruhig weiter. Ich wolle weitere Heißgetränke. Okay, super. Ich guck mal, wie ihr... Achso, guck mal, hier hast du oben. Ich geh mal da oben hin. Tja. Oh, okay. Oh, ich hab Jürgen. Jürgen, komm, du drucken mal hier. Bäm, bäm, super. Oh, schade. Nein! Jürgen. Zack, du sagst. Doing. Boing. Boing. Hä? 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 Jürgen, wart auf mich. Jürgen hat nur für mich erwartet. So, äh, Lotte Macchiato da hier. Oh, genau. Kann ich in diese komische Tonne hier? Lappen sind mein Ding. Lappen bin ich voll der Typ hier. Lappen finde ich richtig klasse. Richtig krass. Ich bringe sie auf den Stacheln und lässt sich nicht lumpen. Genau. Äh, drin. Da drin 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 drin. Geht drin, glaube ich, muss bloß noch mal probieren. Pass auf! Ne, war schön. War, war, äh, schön. Jürgen! Ja, war da. Ja, kommt sich. Ich würde mal runterspringen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt da runterspringen. Da ist er nämlich. Haha, ich dachte, du lässt ihn jetzt runterfallen. Ne, aber jetzt, du hast hier gesehen, das ist mir ihr Leben, ey. Uiuiuiui. Schade, du hast mir ihr Leben geschenkt. Naja, egal. Mir wird eigentlich nichts geschenkt. Oh, geil. Jeder Menge Münzen. Hm? Spreng nochmal hoch? Ja, ich bin ein bisschen an der Krüppel. Ah! Ja! Hast du wieder 18? Ich hab jetzt 18 gehofft, ja. Hast du gesaved? Ja, 18 hat mir richtig gehofft, ja. Also manchmal ist mir auch ewig 18, oder? Ja. So, mach ich hier da unten weiter, ne? Unten weiter, und, äh, ich mach oben weiter. Gut, das ist Arbeitsteilung. Das ist Arbeitsteilung. Ein Fisch am trockenen. Man kann einfach hinlaufen. Der stoppt auch so. Meinst du? Ja. Klopp. Klopp. Okay. Klopp, geh mal ins Wasser. Genau. Du, schön mal. Schön im Bad. Schön mal deine Bäder. Schön mal nacheinander. So, und ich laufe immer ganz, ganz geschmeidig unten lang. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig gönne ich ihm das mal. Ganz geschmeidig. Bleibt geschmeidig. So. Aus welcher Serie ist das? Scrupps. Scrupps, da bist du tot. Guck mal, da hast du einen Schlüssel. Da hast du einen. Ja, hm. Deswegen, ich wollte bloß rausfinden, ob da unten noch was ist. Du, da hab ich gewusst. Aber ich bin jetzt auf Wasserlevel mein erstes und, oh, noch nicht. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Oh. Kannst du aufspringen, ne? Kannst du dich transportation lassen. Oh. Und da kann ich auch, der ist ohne die Heimlevel. Da kannst du dich dann nämlich... Du wiederholst dich langsam. Ach. Aber die töten dich nicht. Das ist gut zu wissen, ne? Ne, die nicht. Aber da gibt's dann andere, die dich töten wollen. Äh. Oh. Ich will's schon sagen. Ähm. Da guckt mir das nachher so'n große Mistvieh. Und. Hehehe. Und da musst du nämlich das hier unten drunter irgendwie. Na ja, am Ende. Vor dem Level. Wie Akita. Da. Ah. Kannst du dich nicht wegschroten, ja. Boah. Schon sagen. Das war aber auch nur glück gewesen. Nö. 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 Boah. Wollt. Talent. 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 Wollte mal hin hin. Wolltest du schon mal die heftige Saved. Hui. Yes. Interessiert mich überhaupt gar nicht, was hier so ist. Unfall. 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 Oh, warte. Ich hab mir die 100 Fall. Unfall. Hier unten lang. Nein. Ohhhh. Kannst du zurückgehen? Ja komm. Nein. Ohhhh. Was dem ist unten lang? Ohhhh. Nein. Und dann kommt's eben zu einem anderen Level noch. Na dann gönn dir. Ja, gönn dir. Deswegen. Ich wollte jetzt nicht so weit vorne wegflitzen. Darum hab ich ein Level ausgesetzt. Aber jetzt reiß ich doch mal na los. Ich verstehe doch. So. Mit O. Mit U. Su. Mh. Su. Übrigens kann ich hier gegenlaufen. Oder durchlaufen. Und ihn nehm ich mir mit. Ihn nehm ich mir mit, sag ich. Geht jetzt töten müssen. Ne. Ne. Ich sterbe nicht so. Also äh. Nicht so. Anders. Da unten kommst du natürlich eine Ex-Ververin. Das glaub ich dir sofort. 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 Der war cool. Der war cool. So. Einen Fall nach unten gönn ich mir. Nein. Die chillen wir ihre Basis hier. Hab ich nicht. Na wo? Wo waren sie an Schossfreunden gewesen. Was ist er von? Nö. Nö. Ne. Wosen. Wosen. Ich bin schon lange vorbei, glaube ich. Ja. Ich bin ja schon lange vorher gesturbt. Aber warum? Weil ich es kann. Oh. Der war auch cool. Danke. Hat mir Mühe gegeben. Der war gar nicht sicher. Nö. Nein. Danke. Jetzt warmen wir gleich. Ach, ist das schön. Ist das, ist das, ist das schön hier. Come on. Danke. Tschüss. Ich muss ja noch wieder. Yay. Uh, wieso kommt der hier hoch? Oh, ist echt warm. Gib mir das. Lass mich kurz mal zur Seite. Lass mich kurz mal, lass mich, oh Gott. Musst du mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, genau. Zurück. Den hier. Leichtes Herzflimmern gerade. Jetzt musst du rüber. Weil dann kriegst du nämlich nur den Schlüssel und dann kannst du rücken den Schlüssel rein. Ja, ja. Genau. So. Wir machen alle mal ein Tor hier fertig. Weil wir vertauschen. Ich glaube, ich bin oben einfach besser. Ne, glaube ich auch. Oh, unter Wasserbruch oder was. Ich bin allgemein nicht so gerne unten. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, da bin ich zu groß für. Oh, da bin ich zu groß für. Und den als Eker, weißt du? Zu groß. Jetzt bist du zu groß. Guck mal, was da unten die Dreiecke sind. Das würde mich jetzt interessieren. Ja, da bin ich auch. Aber ich habe Angst. Hemmungen. Ähm. Okay, geh runter. Oh. Zu spät. Oh, der Fee unter Wasser ist geil. Eine Fee? Eine Feder unter Wasser ist cool. Achso, eine Feder. Ich habe nur Fee verstanden. Eine Fee. Wieso schlägt die den nicht? Ähm. Der ist einfach mal immer. Genau. Er wirft unter Wasser eine Knochen. Genau. Wie bist du denn? Nee. Nee. Ist das gerade eine krasse Scheiße. Boah, ist das. Ja. Adrenalin. Pur. Adrenalin. Adre. André. 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 Andrenalin. Äh. Äh. Verwirrg mich jetzt. Pass auf, der kommt runter. Pass auf, der guckt schon, der guckt schon, der guckt. Oh Gott. Und er wirft und er wirft und der trifft nicht. Wieso suchst du dich überhaupt, wenn du klein bist? Na, weil. Pass auf, der kommt runter. Ah. Der war der Fisch. Der kommt hoch. Was hier? Geil. Ey. Das ist ja. Du bist jetzt schon wieder für'n Scheiß. Warum? Warum ist das Lecker eigentlich so riesig? Und warum gibt's hier so viele verschiedene Wege? Ja. Genau. Haa. Kaum knapp, ey. Du machst es aber auch spannend heute. Bing. Ein teures Bing. Ist das dein Ernst jetzt oder was? Mach doch mal den GPS an. Ey, das ist gut so. Soll ich mal Google Maps fragen, wo's lang geht? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. War das so klug? Das war ja sehr klug. Boah. So. Wann ist denn mit ihnen verkehrt? Warte, 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 warte. Bäm. Nein. Oh. 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 Wir sollten das mal als Fell nehmen. Bam! Was machst du du? Nein, ich muss kurz... Ich wollte nur... Ich guck mal kurz raus. Eine Runde Federn. Ich wollte mal kurz den abfedern. Das kann ja wohl hier wahr sein. Stellen wir uns so blöd an, oder ist das Spiel? Das ist blöd. Verklage Mario. Ich hätt' mir ja erst rechts geholt, damit du groß gewesen wärst für die Feder. Äh... Maul. Du willst bloß eine Ausrede, um ein zweites Live zu holen? Guck mal hier. Oh, ist das nicht zu fein, das Live zu holen? Ja. So. Back to the rules. Auf geht's. Echt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ich finde wir machen das echt spitze. Na vor allem, mal ganz ehrlich, meine Kappen ja gekillt. Das finde ich total unfair von ihm. Arschloch. Äh... Und wir verfreulich werden. Ich bin jetzt den Weg bis jetzt schon wieder nicht mehr. Ah... So. Platz hier. Genau. Aber jetzt weißt du wenigstens, wo du lang kannst, wo du nicht. Dass du nicht wieder... Ja, okay. Na, da komm ich ja trotzdem nicht lang. Ja... Was? Hä? Was? Ich meine... Ja, siehst du hier. Safety first. Zack. Und die nächste. Oh... Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! BAM! Oh... Ich bin hier lang, ne? Aber du bist wieder nach rechts zurückgekommen, ne? Geh doch mal gleich nach rechts am besten. Ja... Ja... Ich glaube, du bist richtig. WUH! Haha... Oh... Hm... Oώuiuiuiuiui. Brrrr... Da kann ich mal einen Schaffchen sagen. Da sind schön fliegelt. BAM! BAM! Und u~! es wird eng jetzt aber jetzt aber raus hier wird ja so jetzt riesenrad ist spannend ist entspannt oh mein gott und jetzt jetzt könnt ihr wenn ihr wenn ihr da kann man sich überfallen so jetzt mache ich aber extra endlich mal diese ja dieses schöne level kann ich mir schießen ja zum beispiel jetzt mal ich hätte mir die scheiße und nun so alles gut wir mussten jetzt wieder zurück aber jetzt kommt der nächste mir entgegen ist ein matrix jetzt kommt der nächste habe ich ihn gerade mit dem porknopf erschlagen kann ich kannst du mir mal zurückkommst du den weg freimachen bitte hier drüben meinig hier kommst du mal kurz hallo hier macht die ruhig kalt drecksack genau und jetzt kannst du die dinge auf einmal so mühsam man hat sich das eichhörn so und genau rüber genau da muss man da muss freimachen dreimal dreimal aufklicken kann ich kann ich mir auch holen kann ich mir auch holen kann ich mir auch holen kannst du dir gönnen keine nummer habe ich mir glatt mal komm her so das kannst du aufklicken und runter und jetzt hier oder gleich rüber ganz links macht die wand freien mal frei 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 genau jetzt hoch ja genau ha ha jetzt und ganz hoch fliegen aber war unten nicht ist der schlüsselbund das schloss bist du schlüsselbund der schlüsselbund ich gönne mir erst mal eine runde in zeitlupe okay genau kommt sich hoch wie unter menschen und da kommt sich umschlüssel das war doch unten das schloss oder vielleicht habe ich zumindest gesehen als ich gestorben bin nein kommt sich wieso steige ich dann immer auf mit dem scheißschlüssel ist doch gut also so war der plan ist wahrscheinlich schlecht scheiße du hast den schlüssel geholt das schloss aber wie komme ich mit dem schlüssel nach unten steigt das schlüssel war ja hier ja und ich kann aber nicht fallen lassen doch hol weil dann der ist ja einfach nur festhalten ich kann aber nicht auch mit dem doch ganz oder zum beispiel okay kinderspiel war das würde ich sagen das war quasi wie gemacht wie gelegt wie gelegt sollte man hier weiter machen du kannst auch noch mal dieses ausrufezeichen ich bin klein ich hab nix präzisionsarbeit ist genau meins oh yes fall runter ich hab langsam das gefühl das wird immer schwerer ich weiß nicht wie das kommt aber nein scheiße 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 fuck hätte so gut werden können fast 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 aber knapp daneben ist auch vorbei in der tat ich bin mir mal die knoppt 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 da haben sie oben trägt ich hab keine ahnung wie der hält das war kürzend für mich gerade ich geh mir mal ihn nach drüben und den hier hin und oh ey ich glaube ich musste hier hoch oder hier doch ich hätte hier drüber laufen können genau ich glaube aber ich könnte mir das mal hier drüben genau dann hättest du ein level also ein Leben holen können aber ah hab ich nicht nötig nimm den p mit mit p in der hand switch the place ich switch mir erstmal ein paar places hier kann ich mal weiter hier ich penetriere die knöpfe jetzt so ich bin dann schön dran da ja ich äh spritz mal ne runde ab was für ne periode soo also ich regle meine egal wobei da geht's ich bin ja ähm soll ich dir da oben helfen kommen oder weee doch war schon ein guter versuch also läuft bei dir durch ich hab mir extra mühe gegeben soll ich jetzt okay ich soll mal ne runde versuch einfach mal die level zu beenden als da wird doch mach ich machen vorne das ist schön das ist das schön das ist das schön das ist das schön schön dass ich jetzt alles nochmal das ist also das ist mein highlight des heutigen tages kannst du bitte weg gehen da danke klopf klopf gleich hoch klopf klopf soo hier ja ne ja genau gönne ich mir soll ich mir das ne mitte doch das gönne ich mir auch natürlich obwohl stimmt das ist ein doch doch haha abgeschossen ja gut she is fresh fresh exited ne warum naja da hinten auch noch was aber wieso ja nein doch kann ich die bitte haben danke ich finde es läuft bei mir was ist denn heute aber auch los hier ja irgendwie ist der wummel drin hat wird schon fast morgen so wir kommen zu part 88 von reiner weisboden übrigens die open world variante von super mario und ihr findet die 1200 parts von grons minecraft lang wir toppen das mit super mario ja genau ohne was erreicht zu haben das ist die kunst daran dass du dann rauf gucken kannst du denkst dir das war sinnlos und gönn dir das ist doch scheiße so soll ich mich mal pimpen gehen ich glaube ich gehe mal eine runde pumpen ich würde sagen wir mal einen break wir pumpen uns beide mal ein bisschen und dann machen wir weiter wir pumpen uns mal ein bisschen bis dann ist neulich